Warum tun die sowas? Weil es Barbaren sind. Nur zur Klarstellung, der Mann ist tot, ja? Der Mann ist tot. Seinen Arm, den hat er noch ausgestreckt in Richtung Talf, die Straße runter und das ist definitiv ein Wegweiser. Vielleicht sollten wir doch nicht unbedingt in diese Richtung reisen. Wirklich nicht? Vielleicht ist es genau der Ort, an dem die Götter uns haben wollen. Vielleicht müssen wir dort aufräumen. Ja, mein Auftrag ist so, und wir können nicht jedes kleine Dorf auf dem Weg der ganzen Reichstraße aufräumen. Ja, ja, wir sind technisch gesehen noch die Gaugrafen, aber die Pflicht ruft. Gut, wir können ihn jedenfalls nicht hier einfach hängen lassen. Das ist richtig, komm, wir nehmen ihn ab. Ich weiß nicht, wie wir die Nägel da rausgezogen kriegen. Vielleicht einen Stratkorb mal das Hebel nehmen oder so, irgendwie kriegt das schon hin. Ja, sicherlich, ihr könnt ihn dann befreien und begraben. Ich glaube, wir nehmen ihn mit zu den anderen und begraben ihn da. Könnt ihr auch machen. Ich würde tatsächlich, da wir in der Nähe der Nekromanten sind, würde ich vorschlagen, ihn zu verbrennen. Können wir auch machen. Dann müssen wir sowieso, dann müssen wir erst ein Lager aufschlagen und einen Schalterhofen aufbauen. Mhm. Also nehmen wir ihn mit zu den anderen. Ich gucke kurz, ob er noch irgendwie eine Umhängetasche hat, ob er auch irgendwelche Nachrichten bei sich trägt. Nee, die hat Poltags gerade geöffnet. Ich hätte gesagt, wenn er selber noch welche hat. Okay, dann geht's zurück zu den anderen, den toten. Er wurde auch, also seine Wertgegenstände sind allesamt entfernt. Hat zwar noch seine grobe Kleidung, aber alles, was irgendwie von Wert war, den Finger, den Ringfinger hat man abgeschnitten, damit man dann den Ring bekommen konnte, hat da keiner Rücksicht irgendwie genommen. Auch Dolche wurden entfernt. Alles, was irgendwie an Wertgegenstände war, ist alles weg. Ach, Barbaren. Gut, wir sind jetzt mit Leichnam auf dem Sattel hinten drauf, kommen wir zurück. Dann kommen wir euch eventuell schon entgegen oder treffen wir uns dann mitten in Galles? Vor Galles. Also unauffällig mit einer Leiche. Ja, dann könnt ihr euch irgendwo bei Gut Eberhof so ein bisschen in die Hügel tarnen oder so, dass ihr direkt vor der Stadt steht, auch wenn die euch immer noch ignorieren und sich nicht für eure Probleme interessieren. Aber zumindest muss man dann nicht vor Galles dann gastieren. Nun gut, ich denke, wir sollten dann Schalterhofen zusammentragen. So, man hat schon ganz recht, wenn sie sagt, dass wir ihn verbrennen sollen. Und entlang der Straße sind mal warm. Ich muss gestehen, dass ich zwar nicht die Lust hätte, sie aufzumischen, aber dies uns mehr Kraft kosten könnte, als wir derzeit haben. Wir könnten versuchen, einen nach Galles hinanzubringen, der sich mal umhört, wie die Lage ist, auf den Straßen. Oder wir können direkt südwärts ausweichen, da müsste, wie heißt das drauf kommen, nicht Bohlenburg, sondern das nächste. Wie solltags einen Brief gefunden? Ja, genau. Wie ein Brief gefunden. Wurden auf der Straße? Einen in den Satteltaschen. Zeig mal her. Ja, bitte. Ist ja offen. Ihr habt ja Siegel gebrochen. Reitigprobe. Sieben Punkte, reicht. Bauen die Wutzenwald. Wutzenwald, heultags. Du kannst doch nicht einfach den gesiegenden Brief aufmachen. Ja, weil sonst weiß ich doch gar nicht, was drin steht. Das ist der Sinn des Siegels. Ja, aber der Überbringer ist tot. Aber der Empfänger nicht. Nein, der Empfänger ist der Rabe von Pumlin, da habt ihr recht. Der Rabe von... Das wird ja immer besser. Das wird sie ja auch. Jetzt bin ich interessiert und lese diesen Brief, er ist ja hier schon offen. Er braucht Galgariten, Putzenwald, das ist nördlich von zwei Möhlen irgendwo. Nördlich der Reichsstraße, meine ich. Haben wir denn nicht gehört von diesem Baron? Die Boranpilger hatten doch, glaube ich, was zu erzählen. Doch, ich meine, ich erinnere mich. Das ist keine neue Nachricht für uns. Wir hatten davon gehört. Aus dem Schreiten geht wohl auch hervor, dass es sehr dringend ist. Also, es ist nicht die erste Nachricht. Es ist eine weitere Nachricht, dass er immer noch um Galgariten flieht. Nun, wir nehmen sie mit. Spätestens bis nach Gerrit, meine ich, und dann geben wir sie an den Boden weiter. Sollten wir nicht. Das klingt schon ziemlich dringend. Und bist du ein Galgarit? Ich glaube nicht. Nun, aber Rafim ist schon sehr enttäuscht gewesen mit der Scheune voller Untoten. Ja, ich finde auch. Wir sollten Rafim einmal wieder einen Geweilen prüfen. Dafür müssten wir, glaube ich, durch Teif. Wenn sich die Zeit ergibt, werden wir jetzt früher oder später einen Angriff nehmen, aber nicht jetzt. Ja, aber später ist... Aber wir haben Zeit, euren Heiligen zu besuchen, aber irgendwelche Narben Bauern, die von Untoten geschlachtet werden, dafür haben wir keine Zeit. So sieht es aus. Interessant. Wir sollten gleich doch nicht zu eurem Heiligen, sondern lieber erst mal Dach helfen. Nichts tun wir. Doch. Isarun sagt auch auch mal was. Nun, wir müssen auf jeden Fall Albuin kontaktieren, allein schon wegen der Mauer. Seht ihr, da habt ihr es. Dann machen wir eben einen Schlenker darüber. Möchtet ihr, wie weit Wutzenwald weg ist? Nein. Seht ihr? Ein, zwei Tage. So weit ist Wutzenwald auch nicht entfernt. Ich denke, wir können diese ein, zwei Tage erübrieren. Ich denke auch. Trotzdem ist natürlich... Also, haben wir denn jetzt schon genaue Informationen, wo Albuin gerade ist? Dieser Kerzenzieherhof ist ja nicht mehr bewohnt. Zwei Mühlen, oder? Ich hatte gehofft, dass wir einen Teuf jemanden befragen könnten, aber so wie das aussieht, wird dann niemand mit sich reden lassen. Dann fragen wir doch die Leute in Wutzenwald. Meldet sich jemand freiwillig, nach Gales hineinzugehen? Nun, ich würde hineingehen, aber... Wahrscheinlich würde ich dort auch andere Dinge tun wollen. Was sollte ich dort tun? Nach Albuin fragen. Richtig. Und vielleicht, wie die Straßen gehen, in den Tal von Dauferler aussehen. Ist das wirklich eine kluge Idee, in einer besetzten Stadt nach einem weiteren Praioden zu fragen? Nun, Sie werden sicherlich wissen, wo die Straßen gefährlich sind, denn die werden kaum an den Praioden vorbeikommen wollen, denkt ihr nicht? Wollen wir nicht lieber bei dieser schönen Frau, die keine Hexe ist, fragen? Dafür müssen wir durch Teuf durch. Hört ihr mir nicht zu? Ich sehe keine Notwendigkeit, uns in Gales zu informieren. Es kommen doch sicher noch mehr Dörfer auf dem Weg, die näher dran sind. Da kommen wir doch auch näher an die Barbaren dran. Ach, die können wir doch umreiten. Oder umbringen. Na gut, dann gehen wir halt. Morgen. Ich bin trotzdem dafür, dass wir uns das mit den noen Toten zumindest mal anschauen. Treibt mich in den Wahnsinn. Ihr treibt mich in den Wahnsinn. Das ist nach Wurzeln, weil es bestimmt eine Woche. Jetzt übertreibt ihr es aber. Das glaubst du doch wohl selber. Damals haben wir etwa eine Woche gebraucht, um die Reichsstraße entlang zu reiten. Und ist geduldlich. Auch eine Tugend, jahrlang. Und damals war nicht Winter, Isavun. Das ist richtig, aber es ist doch relativ milde für den Winter. Egal, jedenfalls, wir haben noch ein weiteres Stück vor uns. Wir werden kaum Informationen in Gales bekommen. Was wollen wir weiter jammern? Dann fragen wir hier diesen Gutsherr an und hoffen, dass er nicht untot ist. Und wenn das gut bewohnt ist, warum nicht? Wenn ihr euch aufmacht in Richtung des Gutes, könnt ihr sehen, dass die Tore aufgebrochen sind. Das Ganze ist verlassen. Schwindenbeben hängen mittlerweile hier umher. Niemand hat sich darum gekümmert. Das ist geplündert. Ihr könnt auch die Spuren von Verwüstungen sehen. Vor allem torwalsche Äxte, die in all ihrer Langeweile dann mit großen Äxten die ganzen Tütsche zertrümmert haben. Aber es ist ohne Feinde allerdings sehr nah an den Tagelswäldern gelegen, sodass ihr daneben auch aufpassen müsstet. Dann mindestens eine Person abstellen, dann in Richtung Südwesten raus, dass man da dann schaut. Nicht, dass dann irgendwelche Untoten des Nachtens in das Eberhof gut kommen. Könntet ihr euch aber auch auf die zweite Etage zurückziehen, sodass ihr zumindest windgeschützt seid. Ja, könnt dann dort die Nacht verbringen und am nächsten Tage immer noch liegt dichter Schnee. Mir gibt das wohl keine Asche. Das war eher ein Phänomen, was auf den Todeswall begrenzt war. Ja, könntet ihr dann wach werden und steckt voller Tatendrang. Galles, Talf, Wurzflucht oder Wurzenwald. Die Hexe, was habt ihr vor? So, bestwärts. Bis zum nächsten Dorf, in dem das nicht von Barbaren geplündert wurde. Ivermin hat das gerettete Pferd mit Hafer aus den Satteltaschen versorgt und erkundigt sich jetzt mal bei Isarun. Wisst ihr, ob es von diesen Bodenreitern feste Stationen hier in der Gegend gibt? Ich meine, das Tier gehört uns nicht. Wir sollten es zurückgeben, wenn irgend möglich. Ich kann natürlich nicht sagen, wie die aktuelle Situation hier ist. Normalerweise findet man an einer der Reichsstraßen alle paar Meilen eine Station der Beilung Kaboten oder zumindest in jeder größeren Ortschaft. Es kann natürlich sein, dass das hier nicht mehr so ist, eben wegen der Plünderungen und so. Aber wir sollten ein Auge offen halten. Gut, dann nehmen wir das Tier vorerst mit. Gewiss. Das ist hübsch, nicht wahr? Und das ist sicherlich schnell, wenn es den Bodenreitern gehört. Oh, sie verwenden nur die besten Tiere, die schnellsten und ausdauerndsten. Also meistens von den Sivarunka, wenn ich mich nicht täusche. Ja, sehr zuverlässige Tiere. Also richtig, aber sie sind wohl bei weitem nicht die ausdauernsten. Nun ja, schon. Also wenn man mal von Kaltblutpferden absieht. Ich wollte gerade sagen, da hat der gute Vitos aber noch ein, zwei Wörtchen mit zu bieren. Nun, wenig kommt ein Schadiv heran. Aber die Varunka sind eine vielfältige Rasse. Man findet wahre Prachtexemplare unter ihnen. Ja, es liegt daran, dass ein Varunka irgendwie alles ist, was ein Tobien so unterm Stand kreucht. Ach, außer den Tobimora-Falben. Das waren... Na, davon gibt es jetzt nur noch wenige. Ach, der Harme bis Frau Wohl. War das euer Pferd? Mhm. Und der Rayani hat es umgebracht. Wie konnte das denn passieren? Oh, gell. Es war sicherlich keine Absicht. Es war ein Oh, gell. So kannst du die Geschichte erzählen, wie du in Jolkomag einrittest, dich in ein gutes Gasthaus einquartiertest und dann... Ja, war es Abelmeer, war es Kiaras. Wie irgendeiner deiner Begleiter das Pferd ihm zum Frazer vorwarf. Als wir da draußen kamen, war es tot. Einen Tag auf der Reise könnt ihr verbringen auf der Reichsstraße in Richtung Westen. Immer mal wieder Zeichen der Plünderung finden. Bis ihr dann an einen Wald des Rand kommt. Das dämmert gerade bereits. Und kurz bevor ihr Unterkunft findet, könnt ihr dann sehen, wie hier wohl erschlagene Räuber- und Mordbuben liegen. Ungefähr, wie würdet sagen, 10, 12. Unglaublich zerteilt, zertrümmert. Und wenn ihr dann so ein bisschen mit den Waffen gezogen heranreitet an die Szenerie, könnt ihr dann auch sehen, wie da wohl aus den Wäldern gerade drei Trollzacker hinausgehen. Noch einen zappelnden Räuber hinter sich am Bein schleifend. Den Arm hat er wohl schon verloren und klammert da so ein bisschen mit dem anderen noch sein Stumpf fest. Während die anderen Trollzacker da so ein bisschen feixen und dann so sich zunecken und singen. Blut, Blut, Räuber saufen Blut, Räuber saufen Blut, Räuber und Mord und Eberfall sind gut. Hoch vom Geigen klingt es, hoch vom Geigen. Äh, ihr. Wer seid ihr? Reisende. Reisende. So kommen wir mit euch. Äh, ja. Und mit euch? Warte, Hörn, nach Dalf. Was, was tut ihr da gerade? Verstümmeln. Und, äh, um das zu nochmal bestätigen, nimmt er wo seine riesige Barbaran-Steit-Axt und schlägt ihm, äh, von, von dem anderen noch verbliebenen Arm die, äh, erst ein paar Finger geniebt ab. Um per reines Willen. Tötet den Mann endlich, wenn ihr ihn nur verstümmelt. Hermos Lein! Umrascht du das Räubern, ja? Umrascht du das Räubern, haben wir es leiden, sonst hat das doch am nächsten Leben so einfach. Geht gleich. Umrascht du da? Aber was tut ihr überhaupt nicht? Umrascht du da, Ackbar. Die Naturgeister sind mit euch. Und, äh, er nimmt wieder seine barbaren Streithax und, äh, schlägt ihm jetzt, äh, die Hand komplett ab. Ja, natürlich sind die Naturgeister mit uns, aber das hat doch nichts damit zu tun. Also, ich bitte euch, ich lasse das doch. Er deutet mit seiner blutigen Axt in Richtung, äh, Straße runter. Also, wollt ihr nach Taref? Seid ihr Krieger, um euch mit uns zu messen? Aber schaut da mal auf Raphim. Raphim, möchtest du dich mit dem Mann messen? Nicht mit mir. Mess doch mit dem König. Mit dir rede ich nicht. Also, die scheinen mir schon ziemlich unsympathisch. Nun, dann misst dich doch bitte mit dem Mann. Oh. Mess doch mit dem König. Wir dürfen nicht. Du siehst stattlich aus. Du kannst sicherlich viel Leid raushalten. Was passiert, wenn er sich mit eurem König misst und gewinnt? Wird er dann der König? Dann wird er der König von Talf. Oh, so meine Scheiße. Ich will nicht der König von Talf werden, bitte. Doch, Raphim, doch, Raphim, komm, wir gehen. Er klopft sich auf die Brust. Fragt nach Trak von Kekrach. Trak von Kekrach. So, Kramor mit euch. Und Rashtula. Und die Naturgeister. Du hast euch mit allem Schlangen, was euch gebührt. Kleiner Mann, du hast in deinem letzten Leben sicherlich viel, viel, ein leichtes Leben gehabt. Richtig leiden lassen, damit es dir am nächsten besser geht. Er beugt sich so ein bisschen ab. Was? Nein. Ich schneite dich ganz langsam. Ich ziehe die lange, so langsam die Haut ab, was er zu lassen. Nicht, ich sehe dir den Tiertuch. Finger weg. Und ich rufe einen Naturgeist und der nimmt euch dann auseinander. Seine Augen werden groß. Was? Ja. Was kannst du? Ja. Das kann er. Und ihr werdet jetzt sofort mit diesem Treiben aufhören und den Mann töten, anstatt ihn weiter zu verstömmeln. Ich denke, ich habe ihm genug Gutes getan für heute. Aus Räder Storberg mehr. Er schaut dabei so ein bisschen erst mal auf Rafim und dann eher in Richtung von Poltags. Meine Güte. Ich würde den Mann einfach zur Seite schubsen und dem Leidenden da das Genick brechen. Ah. Da bist du euch. Danke, Rafim. Das ist meiner heiteren Gelassenheit sehr zuträglich. Und ich weiß nicht, wer du bist. Du hast gerade deinen Namen gesagt, aber ich höre Hurensohn nicht zu. Hey. Hey, das war nicht mein Name. Trag von Kekker aus der König von Talf. Halt doch einfach's Maul, wenn jemand mit dir redet. So. Ich bin Connor. Ja, du bist ein Hurensohn. So, und zwar, das da sind meine Brüder und Schwestern. Und wenn du nochmal sagst, dass du denen irgendwas abziehst, dann tötte ich euch alle. Ich will ihnen was Gutes. Ja, ja, ich tue dir dann auch was Gutes. Er deutet aber auf die verschattelten, verstümmelten Mörder, die da vor euch liegen. Ja, wollten uns überfallen. Dumm, oder? Baubretter. Ja, kein Essen. Dumm. Da kann ich euch nur gratulieren, ihr seht trotzdem Arschlöcher. Habt ihr Bier oder Honigbonbons? Nein. Weißer. Ja, ne? Nee, wir sind hart. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Sie gucken sich so ein bisschen unzufrieden rum, weil ihr das Spielzeug gerade kaputt gemacht habt. Da müssen wir uns mehr nachvollziehen. Bremseller. Hovon geilen klingt es, hovon geilen klingt es. Hovon, 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 ebam. Ich biste den jetzt. Er fässt sich an den Hals, fällt auf die Knie und sein Mut öffnet sich. Sein Mut öffnet sich, er fängt dann zu weinen und... Endlich. Die anderen beiden Treuzacker laufen entsetzt von seinem Gefährten weg. Diese Verrückten. Jetzt reicht es aber auch mal. Dieser Gesang, unerträglich. Profim? Ja, mein, wir würden die zwei gerne aller Einzelnen, die da machen, aber wir haben ja die Zeit und noch die Kraft. Wir gehen da hin. Du schlägst diesen König von Talf, den Schädel ein. Er nennst dich selbst zum... Natürlich nicht wirklich, aber zündelst du diese Leute zum König von Talf und befiehlst ihn zurück nach Hause zu gehen. Hm? Ich will nicht König von Talf werden, das klingt super anstrengend. Du sollst dich ja nicht zu einem echten König aufschwingen, das wäre schließlich Hochstapel bei. Richtig, richtig. Aber wenn, dann müsst ihr euch um allen Scheiß kümmern und ich bringe nur den Sack um. Ja, und du schickst natürlich die Leute nach Hause. Also ich kann ihnen auch sagen, sie sollen sich gegenseitig umbringen, dann sind wir die Arschlöcher auch los. Bin ja der König. Das wäre sicherlich kurgefällig, oder? Außerdem sind das alles Arschlöcher. Ja. Dem kann ich nicht widersprechen. Seht ihr? Ich bräuchte einen königlichen Namen. Die Faust. Zu einfach. Heißt du nicht schon das Biest auf Drabaki? Ibn Kanavan. Ja, aber das kommt ja aus der Heimat. Lieben Kanavan von Kekka. Ja, schau mal, das kennen wir bestimmt auch bei diesen Leuten gut an. Gehen wir einfach. Es gibt für dich was zu nötigen, mehr brauchst du doch nicht. Ihr stellt mich als gar einfache Persönlichkeit dar. Ihr habt nicht unrecht, aber... Naja, ihr habt nicht unrecht. So könnt ihr nach der Reise in Mark Heidengrund unterziehen und ein letztes Mal ausschlafen, bevor ihr dann im Edelengut Talf eintrefft. Möller hat es nicht unrecht. Aber wir müssen nach dem Entschlöcher,